Schauen wir noch kurz auf die Upcoming Earnings, denn es ist ja wieder Quartalsberichtssaison, es ist einiges los, wir haben super viele Titel, wir haben hier nur eine kleine Auswahl für euch mitgebracht, Bank of America, United Health Group, wir schauen mal ganz kurz drauf auf die wichtigsten und auch kurzfristigsten Momentums, Bank of America kann man sagen hat jetzt diese Untertassenformation gebildet, hier gibt es eventuell Potenzial für einen Ausbruch nach oben oder auch einen Rücksetzer nach unten, nachdem zuletzt die anderen Banken eher durchmischt unterwegs waren, ist man auch so ein bisschen verhalten, was zumindest Bank of America betrifft, hier könnte es potenziell zu einem leichten Rücksetzer kommen, mal sehen was so die Ergebnisse zeigen, die United Health Group, haben wir uns vor zwei, drei Wochen sehr intensiv angeschaut, eine Aktie, die etwas länger jetzt schon in der Seitwärtsphase ist, die aber grundsätzlich eigentlich von vielen Trends aktuell im Gesundheitswesen profitieren sollte, wer das Geschäftsmodell mal wirklich verstehen möchte, sollte sich die Analyse der letzten Wochen von uns mal anschauen, weil da merkt man wirklich mal, was hinter diesen riesigen Versicherern wirklich steckt. Der Konsens ist weiterhin sehr, sehr positiv für die Aktie und die Ergebnisse waren zuletzt auch eigentlich immer über den Erwartungen. Mal sehen, was jetzt noch passiert. Man kann grundsätzlich sagen, gibt es weitere viele, viele spannende Aktien. Ich will noch auf zwei kurz draufschauen, die Ergebnisse liefern. Einmal kurz auf Netflix, die versuchen ja über ihr Allzeithof nach oben herauszuschießen. Ja, das gelingt bisher noch nicht so richtig und der Fokus liegt jetzt sehr, sehr stark auf den neuen Quartalszahlen und insbesondere natürlich auch auf den Abonnentenzahlen. Die gibt es ja bald nicht mehr, das heißt, die werden jetzt nochmal verstärkt im Fokus liegen. Man hat zuletzt wieder die Preise erhöht und die Frage ist, ja, wie gut konnte man das Momentum jetzt aufrechterhalten und trotz Preiserhöhungen keine Abonnenten verlieren. Der Markt ist leicht skeptisch. Wir gucken ja jetzt hier immer nur auf die Ergebnisse, die ja vielleicht erwartet werden, aber da steckt natürlich viel, viel mehr hinter. Wie gesagt, Abonnentenzahlen ist da immer ein großes Thema. Wer auch noch berichtet, ist Dominos. Die haben hier nämlich auch so eine Unterdassinformation über die letzten Wochen ausgebildet. Leichter Rücksetzer jetzt gerade. Wir können es durchaus wieder ein Aufsetzen geben, aber ich habe es am Anfang gesagt, ja, der Fast Food Markt, der tut sich aktuell noch ein bisschen schwer, auch wenn er recht stabil ist. Dominos zuletzt eher immer mit Überraschungen nach oben. Mal sehen, was so die nächsten Zahlen bringen werden. Und noch ein alter Gigant, kann man sagen. Ich glaube, eine der ersten Aktien bei uns im Portfolio, die wir uns auch sehr intensiv angeschaut haben. American Express, die trumpfen zuletzt eigentlich immer wieder mit neuen, noch positiveren Zahlen auf. Es gibt selten eigentlich Enttäuschungen. Es kann vielleicht aber diesmal passieren. Wir sind jetzt auf neuen Allzeithochs. Man versucht, nach oben auszubrechen. Ja, das muss aber allerdings noch gelingen, denn dieser Ausbruch, wie gesagt, würde zu neuen, neuen Hochs führen. Der Markt ist auch noch hier skeptisch, aber man sieht es zuletzt. Die vergangenen Zahlen, zumindest was die Ergebnisse betrifft, waren eher positiv. Das nur kleine Auszüge aus dem, was uns die Woche noch erwartet. Wir werden nächste Woche natürlich noch mal genau auf den Rückblick schauen. Auch noch einige Wirtschaftstermine stehen an. Inflationsraten stehen an. Wie gesagt, Zinsentscheide stehen an. Aber für den Juli gibt es hier keine großen Erwartungen an weitere Zinssenkungen. Und wir haben natürlich diese Woche noch ein paar weitere Termine. Wir gucken uns am Donnerstag TUI an. Dort ist jetzt FDI aus dem Rennen, kann man sagen. Und wir haben ja wenige große Reisegiganten noch übrig. TUI ist einer der letzten, hier zumindest in Europa. Wir werden mal eine Analyse zu der Aktie machen. Dann gibt es den Depot-Rückblick für das Q2 kurz vor den Quartalszahlen. Und wir werden euch natürlich informieren, was wir für weitere Aktionen bei uns im Depot zumindest starten werden. Nächste Woche dann wieder Market Show. Und ihr erhaltet diese Woche auch die Einladungen, zumindest alle, die qualifiziert sind, für das große Aktien-Update in der nächsten Woche. Mehr dazu erfahrt ihr dann in den Einladungen. Ich verabschiede mich, ich habe leicht überzogen und übergebe an Matthias. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.